Hallo. Hi girls. Vielleicht gibt es auch Boys. Ja, ich habe übrigens, habe ich letztens geguckt. 25% männliche Zuschauer. Vanessa macht jetzt Eis. Was machst du denn Eis? Waldmeister. Ich habe nämlich Low Carb Waldmeister Sirup. Es hat 0 Gramm Kohlenhydrate und ich habe mir letztens im Aldi einen Slush Maker gekauft für 5 Euro. 5 Euro. Und das wollten wir jetzt ausprobieren. So sieht die ganze Gerätschaft aus. Dann kommt das da rein. Und ich glaube, dann muss man nur rühren. Da war auch noch ein genialer Löffel dabei. Muss man das nicht shaken? Wie denn? Da war da kein Deckel bei. Nein. Darf ich das machen? Ja. Das dauert aber eine Viertelstunde, glaube ich. Warte, ich hole mal kurz die Anleitung. So lang. Oh, der Löffel ist abgegangen. Toll. Talent. Also, ich lese flott. Ähm. Mit dem Löffel leicht vom Becherrand zur Mitte hin umrühren. Nach ca. 10-15 Minuten ist das leckere Slush-Eis-Getränk nach dem ganz persönlichen Geschmack fertig. Toll. Das soll man jetzt 10 Minuten rühren. Danach muss ich einen Shake trinken. Das ist ja schon fast ein ganzes Workout. Rühren, kratzen sie alle 2-3 Minuten, um ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen. Also musst du nicht die ganze Zeit rühren. Nur alle 2-3 Minuten, Bro. So, ja. Dann lass mal rübergehen. Ja, okay. Mit dem Ding. Okay. Hier ist, falls ihr sehen wollt, da sind auch, glaube ich, ja, hier sind auch Rezepte drin. Voll geil. Das kostet nur 5 Euro. Und das legt man einfach, schimm mal mich, mit dem meine wunderschöne Schönheit sieht. Äh, nein, aber das macht nicht. Mein Tisch sieht ja aus wie Kotze. Ähm. Finde ich voll geil für 5 Euro, wenn man sich dann so sein eigenes Eis machen kann. Weil wenn man so Eis macht, also wenn man gerade Bock auf Eis hat. Ich laber schon wieder so viel Random-Zeuge in diesem Vlog. Wenn man Bock auf Eis hat, dann muss man sich ja Eis machen. Und da muss man das ja erst einfrieren und dann mindestens 2 Stunden warten, bis man es essen kann und so. Hier musst du den Becher einfrieren. Ja, aber das kannst du ja schon machen, obwohl du keinen Bock auf Eis hast. Und wenn du dann Bock auf Eis hast, füllst du es ein und hast es in 15 Minuten. Und weißt du, wenn ich jetzt denke, ich habe Bock auf Eis und das dann erst mache, muss es ja schon lange warten. Und den Becher lasse ich einfach im Gefrierfach. Ja, gucken wir mal, ob das was wirkt. Ja. Büssi. Ja. Also, es wird, aber wir haben einen, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar musste man nur das einfrieren und das nicht. Und wir haben uns die ganze Zeit gewundert, warum es nicht wird. Und dann habe ich das einmal rausgenommen, wieder reingesteckt und plötzlich wurde es hart. Und jetzt ist es fast fertig. Aber, ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es geil und nächstes Mal mache ich es richtig und probiere mal. Schmeckt bestimmt so wie das, was ich gerade getrunken habe. Schmeckt wie Kratzeis. Das ist voll cool für den Sommer. Ja. Ja. Und das war es auch schon. Ja. Ich verlinke meinen letzten Vlog jetzt hierhin. Klickt da rein und ansonsten tschüss. Sag tschüss. 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 Ciao. Tschüss mit tschüss. Tschüss mit tschüss.